Ja, in China kann man ein Auto kaufen, ja, leckerer Auto, wirklich, ja, ganz, ganz billiger, ja, um 6.398 kannst du ein Auto kaufen, dann musst du aber zwei Autos kaufen, dann, dann kaufst du das Auto, ja, um 12.700, ja, um 3.000 und 16.000 gesamt, kriegst du ein Auto, elektrisches, ja, Elektroauto, ja, zwei Maßeinheiten, ja, musst du kaufen, zwei Autos, musst du kaufen, ja, schaut nicht so schlecht aus, sogar, zwei Autos, um 12.000, ja, in China ist es möglich, ja, dann kriegt ein Auto ganz billige, ja, willst du eins kaufen, ja, so eins, dann hauen wir uns zusammen, ja, und kauft man eins für mich und eins für dich, ja, ich will einen haben, du auch, dann kannst du mich anrufen, ja, und eine Telefonnummer, wo ist die Ware, woher Telefonnummer, ja, ich sehe es eh schon, ein paar Mal schauen, wenn du es kaufen willst, dann ruf mich an, ich will auch eins kaufen, ja, dann sehen wir schon zwei, dann kaufst du das Auto, 6.800, oder, und dann, ja, da kann man Bälle kaufen, ja, in China, China, Auto, ja, Schöne Auto, Auto ist doch klar, da kannst du es ansehen, oh je, oh ja, na, 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 Ja, das ist ein Auto, ja, Elektroauto, wirklich, ja, schönes, schönes Auto, ja, das kann man sich kaufen, ja, und fährt bis 130 Kilometer, ja, 130 kann es sich fahren, ja, 80 kW, na, süß, elektrisch auch dazu, das ist ein Auto, fast geschenkt, doch, ja.